Grüß Gott, da ist der Maier-Werner. Wenn ich vor meinem Tablet sitze, dann geht es um was? Dann geht es um Fotografie. Heute wollen wir mal mit Photoshop Express Langzeitbelichtung vom Abend entwickeln. Genau, wir starten Photoshop Express, lassen uns das Bild geben, möglichst in Ruhe, warten etwas ab, bis das Bild hochgerechnet ist. In der Zwischenzeit kann ich euch sagen, wie ich das Bild aufgenommen habe. Ich habe eine 30er Verschlusszeit genommen, also Langzeit auf 30 Sekunden, mit einer Blende von 3,5, eine ISO von 100, genau. So, wir werden jetzt noch das Bild nämlich beschneiden. Ach, das Objektiv war auf 18 eingestellt. So, wir wollen den Rand auch noch etwas wegnehmen. Den Rest können wir stehen lassen. Wir werden die Belichtung draufsetzen, den Kontrast etwas runternehmen, die Lichter ganz zurücksetzen, die Schatten etwas aufhellen, das Weiß etwas zurücknehmen oder draufsetzen, den Schwarz wird runter, die Temperatur leicht ins Blaulichter verschieben, bis man das Gefühl hat, das passt. Auch die Tönung, dann die Dynamik etwas raufsetzen, die Sättigung etwas raufsetzen, die Klarheit auch etwas raufsetzen, Den Dunst entfernen, nicht zu viel, die Schärfung ungefähr auf 35, die Luminanz rauschen, man sieht das hier deutlich, setzen wir ungefähr auf 60 rauf, warten ab, bis dieses passiert ist, und das Farbrauschen entfernen wir jetzt auch noch. So, damit wir die Bildbearbeitung hier bei Photoshop und Express schon geschehen. Wir werden uns dann das Bild nochmals angucken. So, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten, schreibt mir auch etwas in die Videobeschreibung hier bei YouTube oder Anregungen. Und ich danke schon mal im Voraus, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist der Meyer Werner, bin Hobbyfotograf und Videograf. Bye, bye.